Hallo Musikfreund, ich will dir jetzt mal zeigen, wie man aus einem T-Shirt, aus einem Bolivien-T-Shirt ein Bonnermann-T-Shirt macht. Das ist ganz einfach, man kennt ja diese Sache, wie man das da zusammenfaltet und so kennt man das. Ich mach dir das einfach mal vor und einfach zu Hause nachmach. So einfach geht es und spart natürlich auch Kosten. Hallo Musikfreund, ich werde dir jetzt mal zeigen, wie man durch einfaches Falten aus einem Bolivien-T-Shirt ein Bonnermann-T-Shirt macht. Man kennt diese Falterei, kommt aus dem Ikebana oder so, keine Ahnung, ist auch egal. Ich führe euch das vor, das geht ganz einfach. Ja, so einfach geht es und spart auch noch Kosten. Also nochmal, ich mach es nochmal vor. Wir haben jetzt hier ein schwarzes T-Shirt mit weißer Schrift. Wie man sieht, egal welches T-Shirt man nimmt, es funktioniert bei mir jedenfalls immer. Also aufgepasst und mitgemacht. Wie man sieht, weißes T-Shirt, schwarze Schrift, eigentlich kein Problem und immense Kosten und mitgemacht. Das ist unser Bonus. Das ist unser Bonus. Das ist unser Bonus. Das ist unser Bonus.